Hallo und Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei und nun viel Spaß. Vielen Dank, dass es leider nicht schön gemacht, das Konzert im Karotgärten von Schleswig-Gronach zu veranstalten. Dort eine Reihe von Liebhaberinnen und Liebhabern der Musik- und vor allem des Rohrgesangs nach Schleswig-Gronach gekommen sind. Und es erwartet Sie heute ein wunderbares Konzert des Seegreises Gesäß in der Leitung von Mühliger Bauriegel. Der Kreis des Sees gehört zum Brunelgau-Heimatbund, einer traditionsreichen Kultureinrichtung aus dem Brunelgau, 1952 gegründet, kann er in diesem Jahr sein 16-jähriges Bestehen feiern. Schleswig-Gronach 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 Der Himmel schenkt sich mit meiner eigenen Schöne. Die Blöden, die Stollen ab und die Schuhe, die sieht mein Blas aus. Ich will nur lieb, 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 lieb. Ich will nur lieb, 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 lieb. Ich will nur lieb, 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 lie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020